Profil Podcasts. Herzlich willkommen beim Mittwoch Podcast des Profil. Jede Woche gewidmet der Innenpolitik. Da ist derzeit genug los. Bei mir wie immer Eva Linsinger, Ressortleiterin, Innenpolitik Österreich Chronik und so weiter. Hallo allerseits. Ich muss jetzt vorab ein wenig Werbung für unsere Podcasts und mit für Profil machen. Wir haben heute Morgen mal wieder eine Statistik gesehen. Die Zugriffraten auf die Podcasts sind also schon sehr überraschend dafür, dass wir es noch nicht lange machen, dafür, dass wir es eigentlich wenig bewerben. Also dieser Podcast, den Sie gerade hören, hat regelmäßig auf jeden Fall über 5000 Zugriffe. Zugriffe heißt durchhören, manchmal auch in den fünfstelligen Bereich so scheinbar banale Dinge wie das Einlesen eines Leitartikels, zum Beispiel der Leitartikel dieser Woche, der erst seit zwei Tagen online und abrufbar ist, hatte bereits 5000 Zugriffe, wirklich viele Zugriffe. Gestern bekam unser Kollege Michael Nickpasch mit seinem Tondokument, muss man fast sagen. Es ist ein Interview oder Teil eines Interviews, das er im Mai geführt hatte mit jenem nun verhafteten ehemaligen Leibwächter und irgendwie auch Assistenten-Chauffeur von Heinz-Christian Strache. Und da waren die Zugriffe gestern Abend und heute Morgen schon im fast fünfstelligen Bereich. Wir sind damit auch in den Rankings aller Podcasts in Österreich. Die zu hören sind sehr weit oben. An dritter Stelle, glaube ich, bereits der Podcast, eben jener Podcast von Michael Nickpasch von gestern und der läuft noch nicht lange. Der wird vielleicht noch den Platz einschaffen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Das macht uns große Freude und manchmal dient es auch jedenfalls bei mir der Selbstreflexion und man kommt auf Dinge drauf, über die man sonst nicht nachgedacht hatte. So, wir sind mitten im Thema, Eva. Nickpasch, Strache, am Sonntag wird gewählt. Ich glaube ja, dass all dieser Lärm, der Rauch, manchmal auch das Feuer, nicht wahnsinnig viel Einfluss haben wird auf das Wahlresultat. Wenn man sich die Umfragen ansieht, auch die Schwankungsbreiten dabei, wenn man sich unsere eigene Umfrage von vor zehn Tagen ansieht mit weit über 2000 Befragten. Also sehr viel geändert hat sich nicht mehr, wenn man ungefähr den Stichtag zwei, drei Wochen nach dem Ibiza-Video ansieht. Da ist fast alles gleich geblieben. Ich bin total neugierig, was jetzt diese neuerliche Strache-Affäre, welche Auswirkungen die hat. Es geht schon ein bisschen in den Kernmarken, Kern der FPÖ hinein, die immer für sich in Anspruch genommen hat, die kleinen Leute, sie hat es genannt, den kleinen Mann, logische FPÖ-Diktion zu vertreten. Da sind natürlich Dinge wie ein üppiges Spesenkonto, total große Rechnungen, schon sehr gefährlich. Wir wissen, dass es das schon ein paar Mal gab. Es gab auch bei Jörg Haider seinerzeit Affären um Spesenrechnungen, auch davor. Früher einmal gab es die Grundregel, alles, was nicht spätestens zehn Tage vor einer Wahl passiert, hat keine Auswirkung mehr. Ich glaube, dass diese Regel nicht mehr gilt. Das war quasi Vorerfindung des Internetzeitalters. Aber wir werden mit großer Spannung erwarten, wie wird sich das auswirken und vor allem, wie wird es sich in Wien auswirken, wo bekanntlich Philippa Strache ja kandidiert. Ich neige ja dazu, falsche Prognosen, nämlich falsche im Sinne von ich irre mich Prognosenvorwahlen abzugeben. Meine Neugier, was das Resultat des Sonntags betrifft, bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf das Ergebnis der Grünen aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich mir da sehr unsicher bin. Man hört natürlich oft, die werden überbewertet in den Umfragen. Das ist insofern falsch, als das Wissen um dieses Überbewerten, also über die Freude, sich zu den Grünen zu bekennen, natürlich von den Meinungsforschern längst eingepreist wird. Also es wird das abgezogen, was erwartet wird, was an Überbewertung drinnen ist, umgekehrt bei dem Blauen. Da gab es die Tendenz immer, dass zu wenig Freude war, sich zu deklarieren. Es hat sich ein wenig geändert. Aber alles das wird versucht einzupreisen. Also jedenfalls meine Neugierde, was den Sonntag betrifft, bezieht sich vor allem auf die Grünen. Da glaube ich, könnte sich schon noch einiges nach oben, denke ich, gegenüber den Umfragen, die es jetzt gibt, wo die Grünen so bei 11, 12 Prozent liegen, verändern. Das ist auch, und darum die Neugierde, eine doppelte, insofern bedeutender, als es ja Auswirkungen hat auf die möglichen Koalitionsvarianten. Ja, ich mache es mir jetzt leichter als du. Ich gebe keine Prognosen ab, was den Vorteil hat, dass ich nicht falsch liegen kann. Richtig. Du bist ja Expertin, ich bin nur Herausgeber. Jetzt gab es dermaßen viele Umfragen. Am Sonntag gibt es die wirklich große und die einzige, die wirklich zählt, nämlich die Wahl, wo das Sample auch sehr, sehr viel größer ist. Aber es werden sicher ein paar Dinge spannend werden, nämlich erstens, wie eng wird das Rennen um Platz zwei und wer wird es für sich entscheiden? Und dann, wie eng wird das Rennen um Platz vier oder fünf? Und die restspannende Frage ist, war es wirklich der letzte Auftritt von Peter Pilz oder hat er noch eine Restchance, hineinzukommen? All das werden wir am Sonntag wissen oder zumindest schon in der Tendenz wissen. Bei der Koalitionsfrage denke ich mir, das war für die ÖVP diesmal eine wirklich knifflige Situation. Wenn wir uns zurückerinnern an das Jahr 2017, da war sehr klar, was die ÖVP nicht wollte, nämlich eine Fortsetzung der Großen Koalition. Diesmal hat sich bewusst die ÖVP und ihr Obmann Sebastian Kurz offengelassen, jede Sorte Koalition, das kann natürlich für sie einen gefährlichen Effekt haben. Nämlich, wenn sich ÖVP-Anhänger denken, meine Partei gewinnt die Wahl sowieso, ich versuche jetzt eher die Koalitionsbildung zu beeinflussen, das kann natürlich so einen Effekt haben. Auf der anderen Seite hätte, wenn die ÖVP eine Variante ausgeschlossen hätte, zum Beispiel die FPÖ, hätte es wieder eher ÖVP-Wähler zur FPÖ hingetrieben. Also das war ein etwas riskantes Manöver, das man aber, glaube ich, nicht anders hätte lösen können. Wir werden sehen, wie viele Menschen sich wirklich zum taktischen Wählen entschließen. Auch das werden wir am Sonntag etwas herauslesen können, beziehungsweise aus den Wahltagsbefragungen wissen. Üblicherweise etwas weniger, als wir Journalisten glauben, da wir einen guten Teil jener taktischen Wähler persönlich kennen. Ich vermute auch, dass die taktischen Wähler im Umfeld, also unter den Profilleserinnen und Lesern weit überrepräsentiert sind. Die normale Frau, der normale Mann auf der Straße wählt eher nach persönlichen Interessen oder nach Sympathien für die jeweiligen Spitzenkandidaten oder die Parteien historisch natürlich auch nach dem, was in der Familie gewählt wurde. Es kommt natürlich noch dazu, weil du gesagt hast, im Jahr 2017 gab es weniger Varianten, weil damals weder eine Koalition mit den Grünen, aber auch nicht mit Grünen und NEOS, also eine Dreierkoalition, rein arithmetisch möglich war. Die Grünen waren ja nicht im Parlament natürlich. Die Grünen waren nicht im Parlament mit NEOS und der Liste jetzt wäre es sich nicht ausgegangen. Jetzt ist da eine Variante mehr. Keine Prognose wage ich, was die Koalition nun wirklich sein wird oder nein. Ich lasse mich doch dazu hinreißen. Ich denke, es wird stark vom Wahlresultat abhängen, wenn die ÖVP oder wenn Sebastian Kurz über 35 Prozent liegt, also deutlich zugelegt hat, dann ist seine Möglichkeit, nochmal türkisblau zu machen, sicherlich eine größere, weil ihm dann die Landeshauptleute zum Beispiel oder andere Granten in der ÖVP weniger reinreden können und er da eher ein Möglichkeitsspektrum hat, was noch lange nicht heißt, dass er das dann wirklich tut. Während wenn er schwach abschneidet, dann wird er nicht der Einzige sein, der darüber entscheiden kann, ob es nochmal türkisblau gibt. Ich glaube, das hängt auch von anderen Dingen ab, nämlich es gab 2017 so eine Art Grundstimmung, gerade in der konservativen Ecke des Landes, die gesagt haben, okay, lasst uns der FPÖ eine Chance geben, ja, nicht mehr große Koalitionen sollen, versuchen wir es doch einmal mit denen. Wir erinnern uns, das war dann auch relativ großspurig, gleich auf zehn Jahre angelegt. Jetzt hatte die FPÖ ihre Chance. Es ist beileibe nicht die erste Koalition mit FPÖ-Beteiligung, die in die Luft geflogen ist. 2002 Knittelfeld, 2005 Abspaltung des BZÖ, jetzt Ibiza-Video. Also es wäre schon ein erhebliches Risiko, mit dieser FPÖ noch einmal zu regieren, die sich doch als sehr höflich ausgedrückt, nur sehr bedingt regierungsfähig erwiesen hat. Und ob dieses Risiko noch einmal eingegangen wird, das wage ich ein wenig zu bezweifeln. Insofern kann die ganze, was auch immer jetzt von der jetzigen Affäre um Strache überbleibt, jetzt im strafrechtlichen oder sonstigen Sinn, politisch, glaube ich, hat das schon gravierende Auswirkungen. Auf jeden Fall, ja. Damals war, im Jahr 2017 war die FPÖ ein Risikofaktor. Jetzt ist es kein Risikofaktor mehr, sondern jetzt gibt es einen Sachverhalt, der einem ziemlich klaren Tatbestand entspricht. Von Risiko kann man nicht mehr gesprechen. Jetzt ist alles das eingetreten oder zumindest zwei von drei Risikofaktoren, die man damals befürchtet hatte. Der Dilettantismus nicht unbedingt oder nicht in dem Maße, wie man es zum Beispiel nach dem Jahr 2000 erkannt hatte, aber kriminelle oder präkriminelle Aktivitäten spätestens durch das Ibiza-Video bewiesen und die zig sogenannten Einzelfälle, die bewiesen haben, dass das Verhältnis der FPÖ zur spezifisch österreichischen Ungeschichte nicht nur ein dubioses ist, sondern eines, das man ablehnen muss. Hat man in den vergangenen Tagen wiedergesehen übrigens. Also jetzt zwei Fälle. Das eine war das notwendige Durchgreifen des Parteiobmanns beim niederösterreichischen Klubobmann. Ist das, glaube ich, der Hitlers Geburtstag irgendwann einmal, also an allen an Hitlers Geburtstag gratuliert hatte, was er an keinem anderen Tag getan hatte. Und dann gab es noch einen zweiten Fall im ähnlichen Umfeld gestern. Also die Einzelfälle lassen nicht nach. Ich glaube, man kann sie gar nicht mehr Einzelfall nennen. Das ist ein zynischer Ausdruck und wir verwenden ihn immer nur unter Anführungszeichen. Wir versuchen, all diese Stimmung einzufangen. Wir machen das aber nicht allein. Sie können sich freuen. Wir bereiten diesmal ein richtig besonderes Heft vor, wo wir alle möglichen klugen, analytischen, sonstigen Menschen auch bitten um ihre Einschätzung. Bisschen um eine Bestandsaufnahme. Wo steht Österreich nach diesem Sonderfall? Es wird fast ein bisschen manchmal gerät in Vergessenheit, also Ibiza-Video, Misstrauensantrag, Übergangsregierung, Rolle des Bundespräsidenten, dann auch natürlich die internationale Beachtung. Auch wegen dieses Sonderfalls, dieser Wahl und dieser Sondersituation haben wir uns entschlossen, ein wirklich spezielles Sonderheft zu machen, das über die normale aktuelle Berichterstattung hinausgeht, wo alle möglichen klugen Menschen Texte schreiben, Interviews geben. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ich glaube, es wird richtig super. Es wird großartig. Es wird das Beste von vielen besten Wahlheften, die wir gemeinsam oder die das Profil in den letzten 49 Jahren produziert haben. Also es sind 80 Seiten, so viel können wir sicher verraten, die sich rund um die Wahl drehen werden mit aktuellen, aber auch mit Metaebenen, Geschichten. Das Heft wird, wie schon bei vielen Wahlen in der Vergangenheit, aktuell produziert. Es wird an vielen Kaufstellen im Einzelverkauf am Montag flächendeckend bis nach Vorarlberg erhältlich sein, etwa ab spätem Vormittag. Die Abonnentinnen und Abonnenten haben das Heft. Das aktuelle Heft kann am Dienstagmorgen, also nicht am Sonntagmorgen schon hinblicken, sondern am Dienstagmorgen. Davon abgesehen gibt es Online-Berichterstattung durchgehend, jetzt natürlich auch schon, aber besonders am Wahltag selber mit Analysen. Und wir beide sehen einander immer wieder bis dahin, aber bei einem Podcast auf jeden Fall wieder am Montag. Und da werden wir mit vermutlich sehr vielen Zugriffen versuchen, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu erklären, was da jetzt eigentlich passiert ist und was zu erwarten ist. Wie es ausgegangen ist, wir freuen uns schon darauf. Wir wünschen Ihnen spannende Tage. Wie haben Sie sicher? Auf jeden Fall, aber mit großer Freude. Man wird manchmal gefragt, ob das Stress ist. Nein, das ist nicht mal positiver Stress, sondern es macht echt Freude. Und die Zahnräder greifen wirklich gut ineinander ein und macht Spaß, macht Freude. Liebe Eva, Dankeschön. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und bis spätestens Montag beim nächsten Podcast.